Hier haben wir den Abtick-Buhl und hier oben haben wir die Wasserrutschbahnen. Die sind halt genial, die siehst du so gar nicht. Die sind in den Felsen reingebaut. Die sind mir gerade gar nicht so aufgefallen, aber super schön. Ach, sogar ein Wasserhuse außen rum. Wie so ein Bach, wo sich dann durchfließen lässt.